Du bist so scheiße! Wichs! Ey, du hast ja einen Katana! Du Wichser! Wieso hast du so eine Machete? Oder ist das ein Katana schon? Machete! David, du hast immer wieder das Gleiche! Ohne Witz! Wie Stück hab ich oder so? Was sagst du Stück Scheiße? Ich hab nix gemacht! Hinter uns ist ein Dicker Kriegst du wieder? Ich hab nix gemacht, Junge! Du hast mich getötet! Du bist reingelaufen! Nö, du hast nicht mehr was gesagt! Also hast du mich getötet! Junge, da kam ein riesengroßer Typ an! Ich weff der Granat hin! Keiner war in der Nähe! Und auf einmal kommst du vom Wasser angelaufen und machst die Geronimo-Aktion! Springst den an! Ja genau, ich stand neben dir und bin dann da hingelaufen! Deswegen konntest du auch nicht sehen, dass ich denn laufe, ne? Junge, ich hab eine Granate geholt, die lag da schon! Auf einmal kommst du angelaufen! Du bist tot, Mike! Ich hab nix gemacht! Ja komm, lass mal weiter! Hier! Hier ist einer! Raus hier vom Strand! Kommt her! Wo ist wer? Richtig? Es war knapp! Ich hab keine Granate mehr! Ich hab aber noch eine! Ja dann haltet euch fern von mir! Ja! Wird los, geh hoch! Hä? Ich schläge! Schläge's immer! Ja! 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 jahre warum bringst du Schülern umtan? ich hab schon wieder kein Gold in der Tasche warum bringst du dich selber umtan? ja, das musste sein du bist so scheiße so, ich hab jetzt eh keine mehr so, das war's wo bin ich denn? ich hab ein Auto nur wo vor, ich brauch keine keine Ahnung jetzt steigt ein er rastet richtig aus bleib mal stehen, Alter bleib mal stehen, Junge ja, ich will das mal rein gehen wo wir nicht fahren? das war hier in die Höhle, da ist ein Handausdruck, das ist ein wahnsinniges Zeichen ja, hört sich gut an wo ist der denn geflogen? ja, wo ist die denn? ja, wo ist die denn? ja, wo ist die denn? ja, klingt, klingt meist Stufe 1, ne? da war's, was ist denn? das ist ein Nahkampf für die Schülern ja, klingt meist Stufe 1, ne? da war's was hast du im Nahkampf für die Schülern? das ist ein Dach aua hier ist oh, Elektrizitätsstufe oh, wow 11.000 hey, ich hab den zu kurz gemacht wetterumschwung, was los? yes wie das aussieht, ey ja, lass, wo muss ich das eigentlich jetzt hin? ich muss mal einer klären da, 100 Meter, in die Richtung hier, komm ja, bei mir auf der Karte, meine Karte ist kaputt, die geht nicht ich will mich mal, ich will mich mal die Karte ich will mich mal auf vier Spatzen und dann diese Quetz-Symbole hier rennt mir hinterher oh, die machen da voll Party bei dem Trailer, Alter der Decke bummst sie ich wollte ihn mit Granat haben hä? wir müssen hier rein ich wollte ihn mit Granat ist hier ein Weg? hier? hier kann doch nicht sein, dass die hier die es sollte eine Höhle sein, oder nicht? ja, hier sollte irgendwie eine hier sollten wir irgendwie durch obwohl wir laufen einfach drum rum hey, im Feld müssen wir im Wasser und schwimmen Höhle? ja, stimmt wollen wir hier runterspringen? lass mal hier runterspringen hä? jetzt hast du ihn geschafft wo, wo? ah, mit Anschrunk geil ey, die leben noch ja, krass es fing mir nicht, ich bin doch gestern voll ausgerastet, weil einer davon mich auf einmal gegriffen hat ihr standet da bei der Indie und ich komme durchs Wasser und buff ja, kommt, hier, 40 Meter ach, das ist die Höhle, die wir schon mal gemacht haben ja, aber ja, komm hier, ja ja, dann passt die auf die Zombies aus, da die Wasserleichen da ja, los, Attacke YOLO Lauf einfach mal hin, lass uns mal greifen T-Tanz-Eleit, Tanzfeuer-Ship ist super effektiv im Wasser ja indeed boah, jetzt ruhig kann ich ja eine halbe Stunde laden, ey egal YOLO, am I right? not really wir brauchen gleich noch eine kurze Runde LOL zwischendurch, ey ja, LOL zwischendurch, dann ist gleich schon ein Viertel vor zwei na und? eine halbe Stunde fast in eine halbe Stunde ja, meine Ohren tun schon weh, Alter mein, komischerweise tut mein rechtes Ohr weh es ist gleich halb zwei in eine halbe Stunde, bist du doof? ein Viertel vor zwei, hab ich gesagt ich hab' Granate, pass auf geh' weg was was denn? ich verarsch' ein bisschen Mädchen ne, wollt' ich doch gar nicht das ist die gleiche Sitzung ja, ich würd' auch erstmal in eine Höhle mit Granaten um mich schmeißen ja, eigentlich was brennen hier alles? ich hab' ein Pilz Granate Oh fuck 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 Warum machst du so nen super Tritt alter? Weil ich Nahtkampfprofi bin Doch Doch Mike Du bist auch schon mal gestern scheinen richtig weggefetzt mit nem Tritt Ja Oh mein Gott ich sterbe Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot Ja bestimmt nicht die Waffenhärte Ach der Boss hier, ah An den kann ich mich erinnern Ja David Ja, meine Waffe hat genug Wucht, dass ich den umhauen kann ey Euer Hauptdiepie ist viel Hä? Ich dachte euer Hauptdiepie ist viel Kann Was? Ich? Ich bin noch hier Nein, David hat gesagt und Hä, was ist hier los, alles ist schwarz Ey, der hat mich angespuckt Ja, der läuft weiter Ja, ne? Oh Wir haben Pilze gefunden Ach das war das Ja nein, wir haben Pilze gefunden Ja nein, wir haben Pilze gefunden Oh, meine Güte, wie lange dauert das? Ich bin gleich da reingeladen, dann bin ich schon fertig Ja, dann kannst du wieder rausladen Hahaha Ey, das Feuer Warte mal auf Jetzt frisst er da Äpfel auf, du bist ein Pisser Bist du? Geh doch Ey Inhalt von Dr. Kiss Die leben wieder, ne die Zombies Ja Ja, Hauptsache du brennst mich auch an Das Feuer macht gar keinen Schaden Kaum An Menschen schon Ja An Zombies irgendwie nicht, ey Kritisch, Junge, Kopf explodiert Locker Hier ist ein Butterfly gefunden Ja, dann können wir ja wieder raus, hier Ja, David, komm Fang schon mal an zu laden Komm, ich komm, ich komm Pfff Lies, ich will hier Vorschule an Bitte Ach, muss er so lange lernen Ich weiß ja nicht, wer ist immer witzig Ey, du bist drauf wie Kapitel 3 in der Tableron Ja, Kapitel 3 verdreht der Verstand Weit ihr denn? Wir sind jetzt schon weiter als gestern Viel weiter Wir haben gestern erst Wir haben gestern da aufgehört Wo wir, äh Wo dieses Fischereidorf Da waren wir noch nicht drin gestern Sie gehen ja voll in die Hose tanzen Ja Das coolere ist einfach nur, guck mal Die liegen auf dem Wasser, gechillt, so als Wasserleichen Und werdet ihr Haus bei dir auf dem Boden Was ist das? Oh! Hä? Wunderwitz, wollt du den K... Deinen Kopf... Pam! Ich habe einen fetten Zweihandhammer, Alter Das macht richtig bumm Ich rei... ich krieg's immer noch nicht zu fassen, dass Schillern wirklich mit dem Fußball spielt Der Dinger kommt angepacet Der Dinger kommt angepacet und er hat BAM Oh, Dick... Trittchen Eisklauenmord, Stacheldraht, Gift, Betäubungsschlag Ich kann mit dem Gasding die einfach verprügeln Ey, hilf mir, ich bin tot Warte Ey, hier sind viel zu viele Mücken und so'n Scheiß Ich habe mich ungebracht Ich habe dich wiederbelebt Oh, Leut Da hast du mich getötet Wo ist Dings, David? Der ist nur noch am Lachen Wir stellen dich noch in den See zwischendurch Ja, komm, hier Wir müssen hier durch, komm Ey, Auto, ey Das ist kaputt, komm Achso, ja, aber da sind Rucksäcke drin David darf gleich zehn Kilometer laufen Da hinten ist ein Pickel Für die Schu... Ey, der verwandelt Nicht ganz Ey, jetzt müssen wir zu Zu, zu, zu den Wohnwagen hier Wo vorhin die Paddy war Echt? Jep Da kommt, da kommt doch schon der erste angerannt, ey So, Bitches, was los? Molotov Doch nicht, ihr seid schon davon gebraucht Oh Wir sollten warten? Kasse Wir sind hier jetzt bei... Bei dem Wohnwagen, wo die Paddy vorhin war Ja, ich mach das Ich würde die Paddy einmal stören, solange ich auf... Ey, hier ist auch noch was Verbände Geh mal weg Geh mal weg Alter Ja Auf der Brücke bist du voll paranoid, ey Ey, das ist ein Boba Bumbaba Bumbaba Seine Chabos wissen, dass er der Boba ist Ah Der Boba, nicht der Babo Ist ja so gemein Den ich so gut hab Oh, Level up Ich jünger, das hatte die Oberschenkel ohne Witz Dafür könnte man ja ganz Familie ernähren Ja, was ist das? Ja, komm das weiter Aber nicht ertreten, misst brauchen wir ein Boot vielleicht? Nein Nein Hier können wir locker durchgehen, ey Das ist hoch genug noch Der mit dem meisten Geld geht vor Ich habe... Wollte zum Baumhauslager oder was? Irgendwas, was da 150 Meter weiter weg ist Komm, wir können ja durch Treffen mit Einheimischen Oder wie? Moment Was ist das für eine Christ? Er kommt doch, kommt doch Ach so, wir sollten zum Dealer Was jetzt? Wir sollten zum Dealer Ey, komm dann lass hier durchgehen, wir können locker durch Nein, wir brauchen hier ein Boot Ey, wir brauchen hier ein Boot Setzt, setzt euch nicht hin Ey, da oben ist Eisensteiger, die kann man sich nehmen Wo bekommen wir... Wo bekommen wir jetzt ein Boot her? Die Eisensteiger golden oder so? Nee, schwache Brecheisen Wieso? Wir brauchen kein Brot unbedingt Wir können da durchgehen Wir brauchen Brot Wieso? Wir brauchen... Brot Warum? Brot Ja komm, dann lass rennen Renn, komm Ja, go Wo ist David? Komm Hier oben Ich warte Ja, renn vor Ey, duck dich mal Tan Duck dich mal Tan Duck dich mal Tan Also, es geht vor LOL Das ist ja voll behindert Das ist ja voll behindert Du fließt sofort neben, sobald du unter Wasser gehst Das heißt, wenn du in das Wasser springst, dann liest du auch neben Weil du kurz unter Wasser taust Weil du brauchst eine Granate? Ey Wir müssen uns aufteilen Nicht zu nah aneinander stehen Brand old Was war das? Oh mein Gott Boah, der hat mich voll erschrocken, ey Heftig Guck mal, ich würde niemals bei so einer Zombieabeklypse hier durchs Wasser gehen, ohne Witz Warte, lohnt sich der Patschlein? Ist der stark genug? Was ist das mit dem los? Yo, beim zuschlagen ertrinke ich Hier kommt einer angerannt Ja, da kommt einer an Ja, der schwimmt natürlich oben Aua, ich ertrinke auch, wenn ich zuschlage Ja, komm, dann lass Hier weiter Boah, ich bin echt tot, ey Geht einfach durch, ey Ach was Aber irgendwie ist das so cool Ausforderung aktualisiert Rettner können wir nicht durch Dann kannst du als Routenführer nicht trauen Doch, doch, doch Dürfe ich mit dem Boot? Oder ist ein Wasserfall? Lass mal durch den Wasserfall fahren Und dann steigen wir aus und da trinken alle Ja, komm hier Wir sind da Ist das hier nicht mehr eine Predator? Ey, ne, das ist der Dealer, das ist der Dealer hier Irgendwann der Dealer, ne? Abfuck Aufstieg Fähigkeiten Kann man hier eigentlich alle drei Bäume voll machen? Keine Ahnung Keine Ahnung Ich hab grad zwei Das ist voll Hä? So, einmal Maximum erreicht Er sprech mit dem, ey Annehmen oder was? Ja Ja Können wir ihn einfach umbringen? Können wir ihn so nett rumklauen? Ey, hier hinten ist auch noch einer Lacheldraht Wollen wir den hier auf seinem... Hilf Dave seinen Film fertig zu stellen? Ey, wollen wir ihm helfen, seinen Film fertig zu stellen? Mach Er ist ein Filmregisseur Er möchte einen Zombiefilm drehen Er will dich beim nächsten Fluch der Karibik Äh, hier zum verlassenen Filmset, das ist da hinten Genre Horrorflasher Er will Zombies zerflettern sehen Oh, hier... Ja, habt ihr auch natürliche Ressourcen? Ne, das ist es nicht Da hinten ist einer, der ruf uns Hier ist ne Werkbank, falls ihr eine braucht Ey, wir helfen Dem da? Tatsächlich Ja Ja, komm, lass rüber Hier ist so... hier ist auch ein Boot, ey Ja, das ist ein Boot Ey, färts dich ins Boot, du musst dich ins Boot rein Ich habe das Möscher, du Penner Hier ist der Ruhe in so'n... Kommt mit einem Messer zu einer Schießerei Ey, komm, mehr fliegen Ey, komm, mehr fliegen Davy fährt weg Die Sonne ist kaputt Ich hab dir... ich töte die Ja, ich bin sicher Mein Gott, das ist ein Zombie in meinem Boot Als ob ihr ihn habt, ne? Ja, das ist Stanley Hat einer mal Von den Zombies ist in meinem Boot rein gekrabbelt Ey, hier oben musst du hoch, Tan Wo? Hier hast du alles gut im Blick Wo? Wie kommst du denn da hoch? Auf den... auf den Timespring hier Auf das Weiße da Was auch immer das sein soll Ach so Guck mal, da können wir zugucken, wie die Zombies schlachten Jo, sieht cool aus Ey, warte, 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 warte Ich glaube, ich hab noch irgendwas im Inventar Jetzt kommt die Granate Ja Eine Giftbombe Nur eins ist gefährlicher als Zombies, deine Mates Auf die Schalte Auf die Schalte Wenn dir die nicht sagen, dass die Zombies sind Zum Beispiel Hier ist ein Vetter Warum sitzt du eigentlich wieder hier hinten? Ja Warum komm ich da nicht hoch jetzt, ohne Witz Ja komm Jetzt müssen... Warte, ich werfe dir mit der Granate ab Wir müssen zur nächsten Quest Bekla Lass ihn nicht Probierst mal die Quest dahinten machen So Dem suchenden Baumhauslager Und dem... Giftgranate? Ja 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 Da müssen wir eh dahinten Warum mit ich... Ja Man kann's versuchen Steigen wir der Dame mit ins Boot hier Also, eben mal kurz orientieren Wo bin ich denn? Du musst einmal drum rumlaufen, oder was? Ja, ich muss... Du bist so Motor, Junge Du bist so scheiße Ja, ich weiß Du musst Kuh drücken So, ich sitze am Motor So Pick dich So So, wohin? Sag mir... Sag mir, wohin? Sag mir, wohin? Hey, tu's nicht Was? Beim Horror Slasher, wollen wir das mit einem Film machen? Und schauen wo Horror Slasher Doch, Horror Slasher Oh, da geht einer drauf Tschüss Hehehe 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 Ja, wo... Wohin wollen wir jetzt? Komm! Fahr einfach grad... Ich sag dir wo lang Fahr grad aus, weiter Dann fahr mal den Fluss voll hin Alter! Mich hat ein Zombie Wollen wir den Baumhaus doch machen? Mit dem Leila, ja Dann fahr mal grad aus Dann fahr mal grad aus Ey, mach den Zombie... Ey! Ey, ihr Wichser Was ist los mit dir? Ich wurde rausgezogen? Schreib doch rein! Ich wurde voll zack, man Jetzt wartet mal, ihr Wichser Komm her Ich geb dir Cover Ich geb dir Cover Fahr ran, Fahr ran So, jetzt Fahrt los! Jetzt wird Mike verprügelt Pfff Ja, ich hab schon wieder einen Ja, ich hab ihn weggeklatscht, keine Sorge Gut Ja, jetzt hab ich am Ziel Hier, links, 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 zurück, zurück, oder links Ja, schön in die Sack hatte Aua! Alter Alter Ich sag sie eben, warte Ich sag sie eben, warte Alter, ich... ich verreck... Alter, ich... ich verreck... Schuler macht einfach gar nicht Ja, komm mal her Komm mal näher Komm mal näher Ich steig ein! Loll Ich bin beim Einsteigen verreckt Das ist zu weh Dieser behindert Das ist so weh Oh mein Gott, oh mein Gott Oh mein Gott Ich mach dich, Mann Da steht fettflichte Maustaste drücken Um abzuwehren Guck mal, hier ist fett Blut im Boot, nur wegen dir an deiner Stelle Yo Oh Wer hatte seine Periode Du wirst das schon wieder Halt 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 Oh hier kommt gleich der Predator Ey hier ist noch ein Quest, hier ist noch ein Quest, mach mal nicht den Predator, mach mal... warte mal kurz, hier ist noch ein Quest Den Predator müssen... ein... Warte mal kurz, hier den Baumhaus, ich will auch den Predator mal sehen, ich hab das mal nicht gesehen Komm mal hier ist der Quest Ich bin doch da Hier ist ein Bauplan Was für einer Ah Schnitzer Schnitzer, hört sich gut an Kein Eich Rief an Maggie Ey Bauplan Schnitzer Herunter Herunter Oh lol, ist der jetzt auch ganz Ah, lass... lass mal jetzt den Predator suchen Ja Der war letztes Mal echt hart, und ein Witz Das heißt, nicht ins Haus gehen, im Haus ist ja dieser Väter hässliche Ja, dann geh wir rein, ne Ja Was war das denn schon wieder, ey Wer war das schon wieder? Mr. David Ja, ich hab... Ich hab ohne Scheiße, ich hab echt kein... kein Geld mehr für so ne Scheiße mehr, ne Ich hab schon wieder angefangen zu knüllen Ja und? Aber jetzt langt das Nerv langsam, man Achso, du darfst mich töten, aber ich darf dich nicht töten Ja komm, jetzt Waffenstillstand Ja eben, wir sind Mates, wir sind in einem Apokalypse, wir müssen zusammenarbeiten Nee, ich tötete David, mir scheißegal, ich hab genug Granaten Ja, dann halt dich von uns fern Nee, ich mach das so oft, bis der sich richtig aufregt Nee, scheißegal, ey Echt gehabt Ja, weil du mich hier auch schon öfter getötet hast, als ich dich, ne Jetzt kommt er zum... Warum will er ins Haus? Das ist doch ein großer Ab zum Predator Aua, der hat mich fast getötet Jetzt kommt Kommt her, ey, 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 ey Mike renn weg Das sind zwei Selbstmordattentäter Jetzt kommt er auf die Brücke, du kannst dein Leben repräsentieren